Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 25. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 467 und ich habe die folgenden Themen für euch bereit. Sitcar, tvOS, Mojave, Mobility, Jubiläum, Bumblebee, Chrome und Lulu. Die Titel klingen heute mal richtig lustig. Sitcar ist ein Fahrräder mit E-Motor spezialisiert haben, da ein Gerät rausgebracht haben, das ist ein E-Cargo-Bike quasi, also ein Bike, was überdacht ist, um eben Dinge zu transportieren. Insgesamt bis zu 300 Kilogramm Nutzlast und mit einer Reichweite von 200 Kilometer pro Ladung kann das Ganze unterwegs sein und wird jetzt im Herbst in Berlin zusammen mit Zalando getestet. Also das heisst, Pakete von Zalando werden in der Testphase teilweise eben von diesen Sitcar-Dingen ausgeliefert. Finde ich eine tolle Idee, denn ja, Lastwagen und andere kleine Transportmöglichkeiten, die haben es schwer durch die Grossstädte zu kommen. Da könnte man mit so einem Sitcar oder eben so einem E-Cargo-Bike doch ein bisschen besser durchpassen. Ja, nächste News ist eine Woche nach tvOS 12.0, kommt jetzt 12.01 raus. Weshalb ich das erwähne, habe ich im Nachhinein auch mich gefragt, denn es hat nur ein paar kleine Bugfix-Geschichten und nichts weltbewegendes Neues. Dennoch, mit tvOS 12 und iOS 12 etc. hat man ja quasi überall die automatischen Updates aktiviert mitbekommen. Das ist mit drin. Wer das nicht deaktiviert hat, der bekommt das Update von alleine eingespielt, bemerkt es nicht mal und hat ein paar kleine Bugfixes. Ja, geregelt. Es gibt ein paar Hersteller, die warnen vor Mojave. Diesen Beitrag, den gibt es immer wieder nach jedem Systemupdate, egal ob macOS, Windows, Android und iOS etc. Denn auch wenn die jeweiligen Entwickler eine Vorlaufzeit jeweils haben, bei macOS zum Beispiel war das von der WWDC bis und mit gestern. Bei Google ist das jeweils im Frühling bei der Google.io, wo sie die Beta vom neuen Betriebssystem vorstellen, bis dann im Oktober die neue Version auf den Markt kommt und so weiter. Und die Zeit wäre eigentlich dazu gedacht, dass zum einen die Entwickler die Apps testen und die anderen die Apps testen im Beta-Stadium dann auch Feedback geben und solche Dinge ausgebügelt werden können. Lustigerweise passiert das nicht und dann gibt es immer eben genau die Beiträge, wo drin steht, dass der Hersteller X und Y weiß nicht, was davon warnt, Mojave zu installieren oder das neueste Version vom Betriebssystem zu installieren. Unter anderem ist BB-Edit, ein Texteditor, wenn ihr den benutzt, solltet ihr vielleicht noch nicht updaten. Das andere betrifft Software von RUGMOBA, ich kann das nie richtig aussprechen, Audio-Heat-Check, Airfoil etc. Doch mittlerweile, wenn man auf die Statusseite von denen geht, hat sich das auch schon wieder erledigt. Also somit, ja, immer schnell ein Aufschrei und halt einen Klick wert für gewisse News-Medien. Dennoch ist es nicht schlecht, wenn ihr, bevor ihr ein Update durchführt von eurem Betriebssystem, checkt, ob alle Apps, die ihr wirklich dringend benötigt, egal ob zum Arbeiten oder privat, auch schon ein Update haben, weil sonst macht das weniger Spass. In der Schweiz kann man schon seit vielen, vielen Jahren bei Mobility-Autos mieten. Man kann schnelle, langsame E-Dinger damit mieten etc. Aktuell wird bei Mobility ein Test gemacht und das passiert mit Mitarbeitenden der SBB mit smarten Rollern, also E-Scootern. Die können bis zu 45 Stundenkilometer fahren und eben das Ganze wird in Bern getestet. Ich finde diese E-Dinger ja extrem spannend und hoffe, dass ich das nächstens auch mal ausprobieren kann. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hoffe ich auch, dass das Ganze eben logischerweise ziemlich schnell auf die ganze Schweiz ausgerollt wird und Anklang findet. Ja, dann haben wir ein Jubiläum. Genauer gesagt, das Jubiläum war, glaube ich, gestern, sprich Ende September, das Datum genau habe ich nicht im Kopf, kam vor zehn Jahren Android auf den Markt. Damals noch Andy Rubin, der mittlerweile ausgegliedert und wieder ausgegliedert wurde, hat das Betriebssystem von Google vorgestellt und mit unter anderem Google vorgestellt auf dem HTC Dream, was exklusiv über T-Mobile G1 vermarktet wurde und ja, seit damals hat sich einiges getan. Es ist nämlich, ja, ziemlich stark in Verbreitung geraten, dieses Android und ja, hat sich auch intern ein bisschen verbreitet. Es gibt ja immer noch gefühlt ein Drittel aller Smartphone-Nutzer, die auf der ersten Version von Android unterwegs sind. Nee, Entschuldigung, Spass beiseite. Ja, Diversifizierung oder Fragmentierung besser ist da so ein Thema. Gehen wir rüber zu etwas, auf das ich mich schon seit drei Jahren freue. Denn ich durfte damals an einem Event von Hasbro schon vorab einige Sequenzen von den neuen kommenden Filmen von Seiten Hasbro sehen. Damals auch My Little Pony, aber auch eine Weiterführung von den Transformers-Spinoff, also von den Transformers-Geschichten. Michael Bay-Filme, die richtig mit Action vollgesät werden. Da hat ja ein, ja, ein, 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 ein Nebendarsteller, einer der Haupt-, in Anführungsschlusszeichen Hauptdarsteller oder eben auch Nebendarsteller Bumblebee, einen eigenen Film bekommen. Und der nennt sich logischerweise Bumblebee. Und dazu hat es jetzt den zweiten Trailer gegeben. Wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Aber bitte, wenn ihr weiter als bis zur Hälfte schaut, lasst mich nicht wissen, was da drin ist. Bitte keine Leaks. Ich bin immer sehr zurückhaltend mit Trailer schauen, weil meistens heutzutage da dann der ganze Film schon mit drin war. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Film für mich. Ich freue mich schon sehr auf Weihnachten. Auf was ich mich nicht freue, ist auf die Datensammelwut von Google. Irgendwie schaffen sie es immer wieder, eure Daten zu bekommen. Und so jetzt eben genau auch bei der neuesten Version von Chrome. Bis anhin musste man ein eigenes Google-Konto oder mit einem eigenen Google-Konto sich im Browser Chrome registrieren, einloggen. Und ab dem Moment wurden dann Verläufe, Passwörter und alles, was sich so im Browser gespeichert hat, an die Google-Server übermittelt. Und somit dann eben auch für all eure Geräte zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich keine doofe Geschichte, wenn man mehrere Geräte hat, muss man aber einfach halt wissen, Google hat dann Zugriff auf eure Daten. Jetzt ist das neu. Sobald ihr euch irgendwo bei einem Gmail oder bei YouTube einloggt, passiert das. Im Hintergrund werden eure ganzen Daten hochgeladen in Richtung Google. Wo das besonders hässlich und oder auch peinlich werden kann, wenn ein Freund, ein Kollege, eure Mutter, euer Vater, eure Grossmutter, wer auch immer, kurz mal an euren Rechner geht, ich will ja nun mal die Mails checken oder was auch immer, sich bei Google einloggt, bekommt der oder diejenige euren gesamten Verlauf mit hochgeladen. Passwörter und solche Geschichten, ja, muss nicht sein, je nachdem, was man so sich im Web ersurft. Aber ja, Google und Daten ist ja immer so ein Thema. Damit es nicht so viele Daten in diesem Internet gibt, gibt es ja Firewalls. Die sind heutzutage in guten Betriebssystemen integriert. iOS, Windows und macOS haben das jeweils integriert. Auch bei Android ist da was Kleines mit drin. Und wenn man aber ein bisschen mehr damit machen möchte, dann muss man sich was Spezielles installieren und oder zu Hardware greifen, die da vorab schon die ganzen Daten durchstellt und durchlässt. Wenn man das softwareseitig machen möchte, auf dem Mac ist sicher Little Snitch ein Name, der jedem bekannt sein wird, der schon mal auf dem Mac rumgerutscht ist. Da gibt es jetzt eine Alternative vom Sicherheitsexperten Patrick Wardle. Der hat nämlich mit Lulu eine eigene Firewall ins Leben gerufen. Noch relativ einfach, auch von Umsetzung und optisch alles drum und dran, soll aber in Zukunft deutlich ausgebaut werden. Die grossen Vorteile, alles ist Open Source und für jeden einsehbar, der das möchte, sprich der Code ist online zugänglich und das Ganze ist kostenlos. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen und bin gespannt, wie das Ganze dann funktionieren wird. Das waren es die News, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr seid morgen am Mittwoch auch wieder dabei. Bis dann, euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.